Das klassische Mitteilungsheft war gestern, heute erobert Hallo die Klassenzimmer. Das kostenlose Kommunikationstool des Bildungslandes Oberösterreich vereinfacht den Nachrichtenaustausch zwischen Pädagogen und Eltern. Das Klassenbuch und das Mitteilungsheft, das braucht zwar, aber irgendwie ist es oft schon etwas veraltet und die Kommunikation zwischen Eltern oder auch zwischen Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen funktioniert einfach moderner. Und viele bedienen sich da anderer Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp, aber das ist nicht datenschutzrechtlich konform und da kann man nicht sicher sein, dass die Daten auch richtig verwendet werden und gut aufgehoben sind. Und daher haben wir gesagt, wir entwickeln vom Land Oberösterreich ein eigenes Tool, das sicher ist, aber gleichzeitig unkompliziert und stellen das den Schulen auch gratis zur Verfügung. Besonderen Wert hat man bei der Umsetzung auf die Bedienerfreundlichkeit gesetzt. Die App ist so gut wie selbsterklärend. Mit dieser App erreichen wir vor allem Eltern oder auch Lehrer, die digital affin sind und hier vielleicht andere Zugänge schon haben als mit dem traditionellen Mitteilungsheft. Ich brauche keine Kenntnisse. Jeder, der sich mit einem Handy auskennt oder mit einem Mobiltelefon auskennt, der kennt sich logischerweise auch mit dieser App aus. Einfach, schnell, direkt, also besser kann es nicht sein. Umgesetzt wurde die App von der Education Group. Nach einem Jahr Entwicklungszeit und einer intensiven Testphase steht die App seit dem Schulbeginn den Pädagogen zur Verfügung. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv. Von beiden Seiten sind die Rückmeldungen sehr, sehr positiv. Die Pädagogen sind froh, ein Tool in der Hand zu haben, mit dem sie die Kommunikation steuern können in Richtung Eltern. Sie können genau einschränken, welche Informationen will ich in welchem Adressatenkreis absenden. Sie können die Antwortmöglichkeiten steuern selbst und die Eltern sind natürlich auch sehr erfreut über die Möglichkeiten. Sie können im Prinzip mit ihren eigenen mobilen Devices eigentlich zu jeder Zeit die Nachrichten empfangen. Sie können reagieren, Auskunft geben, abstimmen. Also ein gutes Miteinander in modernen Zeiten. Alle Pflichtschulen in Oberösterreich können sich kostenfrei für die App registrieren. Nähere Infos dazu finden Sie unter www.klassenpinwans.at